Die Freiwillige Feuerwache Kumpendorf hat heute ihren großen Tag. Das neu erbaute Rüsthaus wird im Rahmen eines Festaktes seiner Bestimmung übergeben. Untertitelung des ZDF, 2020 Unter den Ehrengästen können wir Landeshauptmanns-Stellvertreter Truppe und Bezirkshauptmann Dr. Markku begrüßen. Zahlreiche Kameraden sind Gegenstand verdienter Ehrungen. Zum Abschluss kann das Rüsthaus und all seine Einrichtungen besichtigt werden. Möge die neue Sirene über Rechtseiten zum Einsatz rufen. Untertitelung des ZDF, 2020